Hallo und herzlich willkommen auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, die Chroniken eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Hiede. Und heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, weil es bringt dich dazu, oder es nützt dir, deine Ziele zu erreichen, beziehungsweise es nützt dir, deinen vielleicht auch Lebenssinn zu leben, zu erreichen. Und das völlig planbar. Und ich muss gleich vorab sagen, wenn dich das Thema Ziele im Leben oder Ziele erreichen überhaupt gar nicht interessiert, dann kannst du hier gleich abschalten. Denn hier geht es gleich um ein System, was ich dir vorstelle, womit ich bisher ganz gut fahre und womit ich letztens, beziehungsweise gestern, eines meiner großen Lebensziele erreicht habe. Und deswegen bleib gern dran, wenn dich das interessiert. Vielleicht machst du es ähnlich, vielleicht machst du es genauso. Wenn, dann schreib mir gerne in die Kommentare, was du in letzter Zeit oder überhaupt erreicht hast durch so ein System oder wie dein System aussieht. Das würde mich unheimlich interessieren. Aber heute einmal zu dem System, mit dem ich ganz gut fahre, um dir das einfach mitzugeben. Vielleicht nützt es dir auch viel in Zukunft. Und da muss ich gleich sagen, Punkt eins ist, womit du anfangen müsstest, und zwar ein System auswählen. Und zwar gibt es sämtliche Systeme, und da habe ich jetzt nur ein paar aufgelistet, die du benutzen könntest, mit denen du dich gut fühlst, um deine Ziele zu erreichen. Und da ist vielleicht das eine oder andere mit dabei, was dich überhaupt gar nicht catcht. Und ich benutze tatsächlich drei bis vier von diesen Sachen selber persönlich, weil ich brauche so ein bisschen Weitblick. Ich brauche so ein bisschen, wo sehe ich mich in zehn Jahren zum Beispiel. Manch anderer ist vielleicht, ich weiß ja selber, mit 16 zum Beispiel, da guckst du Tag für Tag oder Monat für Monat. Du denkst gar nicht, was ist denn im nächsten Jahr, was ist denn im übernächsten Jahr. Und die Bestätigung bekomme ich übrigens auch von jungen Menschen, mit denen ich interagiere, mit denen ich mich austausche, kriege ich das immer wieder bestätigt. Man denkt gar nicht so weit voraus. Was ist denn in zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren oder so. Und deswegen fühlt sich vielleicht der eine oder andere damit gar nicht wohl. Aber vielleicht mit den einen oder anderen Sachen, die ich gleich vorstelle, dafür umso mehr. Und da fangen wir gleich mit einem System an, was ich selber benutze. Und das ist The Big Five for Life von John Stralecki. Und das ist ein cooler Typ, der schreibt Bücher. Er ist ein sehr, sehr großer Unternehmer in, ich glaube, Australien oder Amerika. Ich weiß es nicht. Ich komme da immer durcheinander. Aber das ist ein cooles Buch. Hier gleich am Rande. Es ist unbezahlte Werbung. Es ist eine Empfehlung für dich. Lest dieses Buch gerne durch. Es ist wirklich, wirklich einfach zu lesen. Ich muss selber sagen, ich lese jetzt gerade in letzter Zeit auch ein bisschen mehr. Aber das ist super, super einfach durchzulesen. Es ist als Geschichte geschrieben. Und es ist unheimlich interessant, wenn es um das Thema Ziele setzen und Ziele erreichen geht. Und The Big Five for Life ist ein System im Prinzip, was du dir so vorstellen musst. The Big Five for Life. Es gibt The Big Five for Safari sozusagen. Also Safari. Das kommt aus der Safari. Es gibt sozusagen, das ist jetzt mal ganz, ganz einfach gesagt, diese fünf tollsten Tiere, die es in der Safari zu sehen gibt. Und wenn du auch nur eins von den fünf berühmtesten Tieren sozusagen nicht auf der Safari gesehen hast, dann war es keine gute Safari. So. Das ist so aus Afrika mal so nebenbei erzählt. Und das kannst du, oder beziehungsweise das hat er, auf Lebensziele, Lebensträume sozusagen übertragen. Und deswegen heißt es jetzt The Big Five for Life. Die großen fünf in deinem Leben. Die großen fünf für dein Leben. Und das musst du dir so vorstellen, du sagst zum Beispiel für dich, diese fünf Fähigkeiten, Ziele oder Urlaube oder was auch immer, das kann alles sein im Prinzip. Diese fünf können alles sein. Ob du das, ob du das und das mal gemacht haben möchtest, ob du das können möchtest. Ja, zum Beispiel eine andere Fremdsprache kompletter lernen oder sich selbst verteidigen können auf sämtliche Arten und Weisen. Oder dass du zum Beispiel, wie ich, und das ist jetzt mein Beispiel, gestern einen Sturz aus 4000 Meter Höhe machen möchtest. Ja, also einen Tandemsprung zum Beispiel. Ja, habe ich gestern für mich erreicht. Das war eins meiner Big Five for Life. Ja, ich möchte einmal in meinem Leben aus dem Flugzeug gesprungen sein, damit ich mir am Ende meines Lebens sagen kann, ey, das war ein affengeiles Leben. Ich habe das gemacht, was ich mir vorgenommen habe, ja. Und das ist gestern ein Punkt gewesen, wo ich einen ganz großen Haken hinter machen kann, wo ich sehr, sehr stolz auf mich war, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Und das ist für mich jetzt gerade immer noch so ein bisschen surreal. Ja, also ich lebe die Gefühle von gestern, vom Sturz, vom Fallschirm runtergleiten und so das und vom Hochfliegen. Das lebe ich jetzt gerade immer noch mal alles durch, ja. Also ob jetzt gestern im Traum oder ob heute immer mal wieder, wenn ich mir die Fotos und Videos nochmal angucke, das lebe ich immer wieder durch und das ist total cool. Man ist so stolz auf sich. Und deswegen, das war eines meiner Big Five for Life. Und da kannst du dir jetzt zum Beispiel alles darunter vorstellen. Du suchst dir jetzt fünf Sachen aus, zum Beispiel, die du, wo du für dich sagst, wo du auch für dich reinfühlst und Gänsehaut bekommst vielleicht. Das möchte ich mal gemacht haben. Das möchte ich erreicht haben. Das möchte ich sein. Oder, ja, das möchte ich können, damit mein Leben am Ende sozusagen, oder damit mein Leben, wenn ich diese fünf Dinge abhaken kann, ein gelungenes Leben war und alles anderes Boni. So, weißt du? Und das finde ich ein total cooles System. Und damit fahre ich bisher richtig cool und ich kann jetzt meine erste Sache abhaken. Und das mit 25 ist echt cool. So, dann noch ein weiteres System. Vision Board. Falls dir Big Five for Life überhaupt gar nicht zusagt oder vielleicht holst du noch ein Vision Board dazu. Ja, Vision Board, Visionswand, Visionsplakat oder was auch immer, wie du das gerne übersetzen magst. Was aufzeigt, wo möchtest du hin? Vielleicht als Bild, wenn du visuell total begabt bist, beziehungsweise ein visueller Lerntyp bist, dann schreib dir doch gerne auf, was du sein möchtest und mach ein Bild daneben gleich oder du kannst es auch digital als Video, als Vision Video machen. Dass du dir das Tag für Tag oder Woche für Woche angucken kannst und da hineinführen kannst, damit du immer am Ball bleibst und nicht deine Ziele vernachlässigt oder prokrastinierst. Was ich tatsächlich auch mal eine Phase immer mal wieder hatte, dass ich meine Ziele komplett aus den Augen verloren hatte. Da muss ich ganz ehrlich sein. Komplett aus den Augen verloren und dann sitze ich jeden Tag vor Netflix oder am Handy und die Zeit vergeht einfach und dann schläfst du wieder ein. Abends wachst du morgens wieder auf und das Gleiche geht von vorne los und hast einfach kein Ziel im Leben. Finde ich total, ja, ist halt nicht mein Ding eigentlich. Aber man findet sich immer wieder zurück und jetzt gerade bin ich in einer ganz guten Verfassung, dass ich sagen kann, ich habe meine Ziele im Blick. Und auf diesem Vision Board kannst du nicht nur Bilder und so, wie damals in der Schule, ja Schule ist scheiße, aber damals hast du ja auch so ein Plakat gemacht und im Prinzip für dich als Vision, als auch visuelle Darstellung, wo sind deine Ziele, wo willst du mal hin und da kannst du sogar dann für dich zum Beispiel als Boni dann auch unterscheiden in was möchte ich sein oder wie möchte ich sein. Dann machst du halt Bilder dazu, was möchte ich tun oder was muss ich dafür tun, ja, um so zu sein. Ich weiß nicht, keine Ahnung, bei mir ist es zum Beispiel, ich möchte Experte auf meinem Gebiet sein, ja, ich möchte auch coachen, ich möchte also Coach sein. Und was muss ich dafür tun, das und das, ja, mich damit beschäftigen, mich damit wirklich befassen, wirklich lernen. Ich möchte auch lernen, neu lernen, weil dieses Lernen, was in der Schule uns beigebracht wurde, das ist eigentlich kein Lernen, das ist Pauken. Ja, nach Vera F. Birkenbiel, total coole Frau, auch Gehirnforscherin sozusagen, Lernforscherin, wenn du so willst. Wirklich, ich kann dir fast jedes einzelne dieser Bücher empfehlen. Ich habe schon viele angefangen, ich habe auch schon viele beendet von ihren Büchern. Und da kannst du echt eine Menge draus lernen, weil Lernen ist wirklich eine ganz andere Sache als das, was uns in der Schule beigebracht wurde. Und unser Potenzial, im Prinzip jeder, der mit der Schule dieses in Anführungsstichen Lernen gelernt hat, der weiß eigentlich im Prinzip nur, wie man paukt, wie man Wissen nicht richtig verfestigt, sondern in sich einfach aufschreibt, quasi. Dass dann die ganzen Dokumente, alles, was man in sich dann hat, einfach auskotzt zur Prüfung und danach weiß man gar nichts mehr oder nur noch ein Prozent oder so. Ja, und das ist kein Lernen, ja, Leute. Und wie auch immer, dann schreibst du dir zum Beispiel noch auf oder visualisierst dir das, was möchtest du haben. Und da gibt es ein ganz großes Klischee zum Beispiel auch, was sich tatsächlich immer wieder bestätigt. Bei haben steht bei den meisten das meiste. Ja, das sind dann so krasse Autos, große Villen oder was auch immer. Und ihr müsst allerdings, das ist nämlich das, weshalb die meisten das mit dieser Villa oder mit Autos oder was auch immer nicht erreichen, ist das, dass sie nur dieses Haben im Kopf haben, aber nicht, was sie sein oder wie sie sein müssen, was sie tun müssen, um zu haben. Ja, das geht nämlich einander einher. Ja, ja, du kannst dir keine große Villa leisten, wenn du dafür nichts getan hast, wenn du nicht bist, um was zu tun, um das zu haben. Ja, also vielleicht ist auch gerade ein bisschen woher erzählt, aber ich hoffe, dass das im Großen und Ganzen so ein bisschen angekommen. Deswegen guck, wie musst du sein, was musst du tun, um zu haben. So, nächstes System, Jahresziele pro Jahr festlegen. Das habe ich auch mal eine Zeit gemacht, da habe ich mich mit meiner Freundin zum Beispiel Silvester zusammengesetzt. Wir haben Plakate für uns beide gemacht, haben dann dieses Jahr in vier Quartale aufgeteilt und also drei Monate jeweils dann sozusagen und haben uns dann für diese Quartale Ziele festgelegt und konnten dann am Ende des Jahres zum Beispiel dann abhaken oder eben freilassen, dass wir uns das neu terminieren. Am besten machst du auch tatsächlich Termine dahinter, bis wann du das erreicht haben möchtest. Ich habe zum Beispiel 2022 vom Quartalsziel Nummer drei. Oh ne, ist auch noch unwichtig. Also ich habe mir tatsächlich auch richtige Daten gemacht, bis 1.5.2022 das und das erreicht haben. Und dann kannst du es eben abhaken, wenn du es erreichst. Wenn nicht, musst du dir einen neuen Termin setzen oder ja, du musst dir auf jeden Fall einen neuen Termin setzen. Da musst du aber dranbleiben. Du kannst ja auch Prioritätenlisten machen. Das bringt auch sehr, sehr viel, um am Ball zu bleiben, was ist wirklich wichtig, was ist nötig und was hat noch so ein bisschen Zeit oder was ist eigentlich komplett unnötig. Könnte auch jemand anders machen oder was auch immer. Dann hast du noch ein anderes System, was ich dir vorschlage und zwar in 10, 5 und 2 Jahren zu differenzieren. Wo möchtest du in 2 Jahren sein, wo möchtest du in 5 Jahren sein, wo möchtest du in 10 Jahren sein. Wenn du wirklich Weitblicker bist und sagst, das ist noch realistisch, bis in 10 Jahren vorauszusehen, vielleicht erreiche ich das auch alles viel früher. Das kann auch sein. Und wenn man sich zum Beispiel Sachen vorstellt, die viel kleiner sind, als man sie sich vorstellt, ein Ziel, was viel kleiner in der Realität ist, was für dich in deiner Realität, wir leben ja alle in unserer eigenen Realität, in unserer eigenen, viele sagen mal Blase oder sowas, weil es gut vorstellbar ist, aber ja, im Prinzip lebt jeder für sich in seiner eigenen kleinen Realität. Und für den einen ist jetzt beispielsweise, weil es eben gerade passiert ist, ist ein Tandemsprung etwas irre Großes und für den anderen ist es so alltäglicher, ja, ich mache mir mal schnell einen Termin und dann geht es halt los und dann war es das aber auch. Und für mich war es ein großes Ding und muss aber auch sagen, ich habe mir da vorweggenommen, das zu prokrastinieren. Ich habe mir das völlig vorweggenommen, weil ich habe das als Gutschein geschenkt bekommen, weil ich mal eben erwähnt hatte, ja, das ist auf meiner Bucketlist, ja, in meiner Zielliste, das ist eins meiner Big Five und habe dann dementsprechend ein Gutschein geschenkt bekommen von meiner Stiefmama und meiner Freundin. Da bin ich übrigens sehr, sehr dankbar. Dankeschön nochmal dafür. Ich habe mich jetzt schon tausendmal bedankt, aber es geht, also ich bin sowas von dankbar dafür. und habe dann tatsächlich vor zwei Monaten, als ich den geschenkt bekommen habe, Entschuldigung, habe ich einen Termin gleich festgesetzt, anstatt dass, der ist ja drei Jahre gültig, so kann ich ja in drei Jahren umsetzen, habe ich gleich einen Termin gemacht und in zwei Monaten, also gestern, hatte ich dann meinen Termin, bin hingegangen, habe meine Freundin auch mitgenommen und habe das dann wahrgenommen und komplett alles umgesetzt und wenn du wieder auf dem Boden bist, dann kannst du einen ganz großen Haken hintermachen. Das habe ich gemacht und das kann ich auch jedem empfehlen, mach gleich einen Termin für das, was du machen möchtest, ansonsten wird das nichts. Ja, gerade auch bei Gutscheinen. Manche Gutscheine sind dann drei Jahre gültig und kurz bevor sie abgelaufen sind, nimmst du es dann erst wahr, obwohl du es hättest, weiß ich nicht, in zwei Wochen wahrnehmen können oder so. Ja, also macht das mit den Terminsätzen, das ist wirklich ein ganz großes Ding, was auch sehr, sehr viele Große tatsächlich auch machen, bis hin, dass sie ihren Tag tatsächlich in Minutentakt takten wie den Elon Musk. Aber das ist schon ein bisschen zu viel verlangt, glaube ich. Das ist jeder anders, kann jeder machen, wie er möchte. Ja, und das letzte System, was ich dir gerne vorstelle, in Sachen Zielsetzen und Zielplanbar erreichen, ist, ein großes Ziel zu nehmen und auf untere, kleine Ziele zu definieren. Also, du setzt dir ein ganz großes Ziel. Zum Beispiel könnte ein großes Ziel sein, Malermeister werden. Ja, jetzt, weil wir hier im Maler- und Lackierer-Podcast sind, Malermeister werden. So, großes Ziel. Okay, was bist du dann zurzeit? Bist du überhaupt Azubi? Okay, vielleicht noch nicht. Also, musst du dir dein großes Ziel in untere, kleine Ziele definieren, die du erreichen musst, um das große Ziel oben zu erreichen. Okay, du möchtest Malermeister werden. Alles klar. Was kommt denn da vor? Na gut, du musst erstmal den Gesell... Du musst... Gehen wir mal ganz, ganz dicht ran. Und zwar, du musst Meisterkurs 4 bestanden haben. Okay, darunter, du musst Meisterkurs 3 bestanden haben, Teil 1 und 2 bestanden haben. Okay, darunter ist, du musst dich zu den Meisterkursen 1, 2, 3, 4 angemeldet haben. Du musst sie terminiert haben. Du bist drin. Okay. Davor, du musst deinen Gesellenbrief geschafft haben. Wenn du das Ziel hast, Kammer-Sieger zu werden, dann setzt es dazwischen. Dann setzt es zwischen Anmeldung an den Meisterkursen und Geselle werden. Dazwischen Auszeichnung und Kammer-Sieger zum Beispiel. Dann Geselle werden. Dann drittes Ausbildungsjahr abgeschlossen haben. Zweites Ausbildungsjahr abgeschlossen haben. Erstes Ausbildungsjahr abgeschlossen haben. Anmeldung bzw. Bewerbung zu Maler und Lackierer. Ja, zur Ausbildungsstelle. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein großes Ziel. Malermeister und dann die ganzen kleinen unteren Ziele, die du erreichen musst. Was dein Weg ist sozusagen, um Malermeister zu werden. So, ich hoffe, das konnte ich dir jetzt ganz gut verbildlichen. Jetzt mein Punkt Nummer zwei. Erstes war System auswählen. Also die Systeme, die ich dir gerade vorgestellt habe. Such dir ein System aus oder zwei, drei. Mach das fest. Mach das Ding fest. Setz dich da wirklich mal vielleicht eine Woche hin und überleg mal, was möchtest du in deinem Leben erreichen. Vielleicht auch zwei Wochen. Aber setz dich damit wirklich komplett auseinander und lass nicht zu viel Zeit verstreichen. In der Zeit hättest du schon was anderes machen können für deine Ziele. Jetzt kommt aber Punkt Nummer zwei. Motivation für dein Ziel entwickeln. Oder für deine Ziele entwickeln. Wie machst du das? Du musst es emotional machen, weil eine Motivation kommt aus dir heraus. Das ist nichts Logisches oder so. Es ist nicht plump ein Plan, den du jetzt runterratterst, ohne irgendwie Gänsehaut dabei zu bekommen oder irgendwas dabei zu empfinden. Sondern du musst wirklich emotional werden dabei. Heißt nicht, dass du losheulen musst. Aber im besten Fall musst du das. Dass du für dich innen drin einen Dopaminausstoß bekommst, allein schon, weil du dich in die Lage hineinversetzt. Wie ist es zum Beispiel in deinem Traumauto zu fahren? Wie ist es, Malermeister zu sein? Wie ist es, Geselle zu sein? Diesen Abschluss in der Hand zu halten, wenn alles gefeiert wird und so. Wie ist das? Emotional machen des Ziels. Wie schaffst du das unter anderem zu visualisieren? Das ist das, was ich dir jetzt auch gerade gesagt habe. Aber du kannst dir im Prinzip beim Visualisieren, kannst du dich auch hinsetzen, Augen zu machen und dann stellst du dir das komplett bildlich vor. So kannst du dir übrigens deinen perfekten Tag, das ist nur mal am Rande gesagt, du kannst dir auch deinen perfekten Tag mal zusammenspinnen, wie er später sein soll, indem du dich hinsetzt, Augen zu, Atmen, also im Prinzip fast wie Meditation, nur visualisieren. Visualisieren heißt, du denkst über Sachen nach, Meditation heißt, du denkst wirklich über gar nichts nach, du achtest auf deinen Atem, um gut Sauerstoff zu pumpen, um ruhig zu werden, um wirklich gelassen zu werden, Stress abzubauen. Und das kannst du halt mit Visualisieren auch, nur, dass du halt dir wirklich dieses Bild wie einen kleinen Film vor Augen vorstellst, wie ist dein perfekter Tag zum Beispiel. Oder in unserem Fall jetzt, wie sieht es aus, wenn du dein Ziel erreicht hast? Ist doch mega. Mach dir das emotional, krieg Gänsehaut am besten dabei, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg, das emotional und motivierend zu machen. Und Punkt Nummer drei, nachdem wir unser System ausgewählt haben, wir unsere Ziele also gesetzt haben, eine Motivation aufgebaut haben, indem wir es emotional gemacht haben, jetzt also wirklich Gänsehaut dabei bekommen haben, bildlich gesagt, ziehen wir die Sache jetzt durch, bis wir das Ziel erreicht haben. Aber, und das ist jetzt mein Punkt, wir genießen gefälligst den Weg. Es heißt tatsächlich im Deutschen nicht umsonst, der Weg ist das Ziel. Das hat die folgende Bedeutung, dass, wenn wir an unserem Ziel arbeiten, wir tatsächlich über uns hinaus wachsen, am besten auch aus unserer Komfortzone heraustreten, also das, was uns gewohnt ist, heraustreten. Dabei wachsen wir und mit jeder Herausforderung, das unser Ziel uns gibt, was wir sozusagen uns selber geben, mit dem wachsen wir konstant. Und das ist cool und das ist der Weg, weil wenn du nur dein Ziel erreichst, dann geht es dir am Ende, wie zum Beispiel Beckenbauer oder Boris Becker oder Michael Schumacher, wenn die ihre Ziele erreicht haben, waren die immer todtraurig am Ende und konnten sich nicht erklären, warum. Meistens, weil der Weg sozusagen zu Ende war und sie müssen sich jetzt einen neuen Weg suchen, ein neues Ziel suchen. Du fühlst dich, wenn du ein großes Ziel erreicht hast, erstmal so ein bisschen verloren, wenn du kein anderes Ziel hast. Das sagen zumindest sehr, sehr viele auch Leute, die große, große Ziele für sich und auch für andere, große Ziele, wenn die die erreicht haben. Der Weg war meistens so das Spannende, das ist das, was Spaß gemacht hat. Zum Beispiel zwei kleine Kinder, Bruder, Schwester oder was auch immer, die rausgehen im Winter, alles ist weiß, wohnen vielleicht in einer Hütte mitten im Wald oder so, die gehen raus und bauen einen Schneemann und der Schneemann wird ziemlich groß, der hat jetzt auch eine Mütze auf, der hat Augen, ein paar Knöpfe, fünf Knöpfe nach unten aus mehreren unterschiedlich großen Steinen, hat links und rechts halt so Äste, die total ein bisschen verkrüppelt aussehen, aber das macht nichts und das ist für die der Weg und wenn der Weg zu Ende ist, ist der Schneemann gebaut, aber danach, was sollen sie jetzt machen? Und deswegen zum Beispiel machen manche Kinder dann auch ihre Bauwerke wieder kaputt, weil das nächste Ziel ist, das Ding wieder von Neuem aufzubauen und die empfinden so viel Spaß daran, dieses Ding wieder kaputt zu machen, wo sich manche Erwachsene denken, du hast das jetzt aufgebaut und jetzt machst du es einfach wieder kaputt, weil das Aufbauen hat Spaß gemacht und das Abreißen macht auch nochmal Spaß und das nächste Ziel ist halt, nach dem Aufbauen das Ding wieder komplett kaputt zu machen, und das dann vielleicht neu wieder aufzubauen, vielleicht ein bisschen anders oder so, um daran wieder zu wachsen, wieder was Neues zu machen, wieder ein neues Ziel gemacht. Also vielleicht als Punkt Nummer vier, wenn du dein Ziel erreicht hast und den Weg genossen hast, setzt dir ein neues Ziel. Das nehme ich jetzt als Boni und das ist wichtig, dass wir ein neues Ziel setzen. Ansonsten verpassen wir die Gelegenheit, zu wachsen an uns selber und wenn Wachstum beendet ist, dann guckt dir am besten, weiß ich nicht, Großeltern an oder Urgroßeltern, guckt dir an, wie sie abbauen, wenn sie keine Ziele mehr im Leben hatten. Ich glaube, da hat fast jeder von uns irgendwie selber Beispiele, vielleicht in der Familie, vielleicht auch im Freundeskreis oder so, wo du das halt mit Alzheimer und so weiter bestätigt bekommst, dass wenn nicht weiter am Gehirn beziehungsweise an unserer Seele oder nenn es wie du möchtest, gearbeitet wird, nicht mehr gefordert wird von unserem Gehirn, dass wir abbauen. Und das ist tatsächlich auch bestätigt, unter anderem von VRF Birkenbiel, dass wenn wir nicht mehr wachsen oder aufhören zu wachsen, unsere Neurogenese, das ist wieder ein anderes Thema, wenn das beendet ist beziehungsweise nicht wieder aktiviert wird und das vielleicht über Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, wir machen immer das Gleiche, dann baut unser Gehirn ab und irgendwann erkennst du nicht mal deine eigene Familie mehr. Also, wachse, setz dir Ziele und nimm dir ein System davon, vielleicht auch ein eigenes, was dir gefällt, mach es bunter, mach es schwarz-weiß, ist es völlig egal, am besten macht das bunt tatsächlich, weil das Gehirn im Bund hängt und nicht in schwarz-weiß. Such dir die Motivation dafür, ohne Motivation würde es nicht funktionieren und durchziehen, bis zum Ziel, den Weg genießen und setz dir ein neues Ziel. Das möchte ich dir heute mitgeben, weil das für mich gerade ein ganz großer Punkt war, nachdem ich mein erstes großes Ziel durchgezogen habe und erreicht habe, dieses einfach mal diese Möglichkeiten mit an die Hand zu geben. Nutze sie, wie du möchtest. Nutze sie natürlich immer für gute Sachen, auch für dein Umfeld zugute und ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche, egal wann diese Podcast-Folge auskommt, ich wünsche dir immer eine schöne Woche. Viel Erfolg bei all deinen Zielen und wie gesagt, schreib gerne in die Kommentare, wenn du Ziele erreicht hast, wie du Ziele erreicht hast, würde mich sehr, sehr interessieren und bestimmt noch andere mehr auch. Ich wünsche dir, wie gesagt, mach eine schöne Woche. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.